Also ein Buch auf die Arbeitgeber und davon werden wir reich. Denn wir sind ja nicht dumm, denn wofür gibt's das politische Publikum? Da holen wir dann gleich mal alles wieder raus und wenn wir dann nach Hause gehen, dann fällt's dir nicht mal auf. Wir machen sie, die Konzerne, die Packungen gleich und von dem, was nicht mehr wünscht, davon werden wir reich. Wir verkaufen uns die Frühjahrsumdienst an gleichen Preis, neben das, was nicht mehr wünscht, davon werden wir reich. Wir reich. Gesenktes Niveau hoch und in alsäre Frasen bilden das Niveau auf, dem wir jetzt krassen. Unsere Lieder werden von nun auch aus dem Ärmel gehauen. Wir prichten und wir reimen mit dem Kopfvertrauen. Bei der Ansage werden wir noch was kennen und bereitet. Der Gesang wird vom verstimmten Gitarren begleitet und der Ton von der Bühne. Wie aus dem Schuhkarton und dann spielen wir alle schnell da und passen nur noch davon. Wir machen sie, die Konzerne, die Packungen gleich und von dem, was nicht mehr wünscht, davon werden wir reich. Wir verkaufen uns die Frühjahrsumdienst an gleichen Preis, gegen das, was nicht mehr wünscht, davon werden wir reich. Zum Prausen verweisen, in der Pehle, kann doch unseren neuesten Tonträger, dem wir nicht krassen. Das ist derselbe wie der vom letzten Jahr, nur dass der im letzten Jahr noch vollständig war. Vollständig ist heute nur noch der Preis, das sind wir an der Hölle, an dem Arse, sind ja gleich und die Paus über sie, wir landen ohne Scheu. Und dann fangen wir noch immer nicht an dem Motto getreu. Wir machen sie, die Konzerne, die Packungen gleich und von dem, was nicht mehr wünscht, davon werden wir reich. Wir verkaufen uns die Frühjahrsumdienst an gleichen Preis, gegen das, was nicht mehr wünscht, davon werden wir reich. Der Veranstalter macht für sich schon mal ein Plus, und zum Abschied spielen wir natürlich keinen Zugangust, denn Zugaben geben wir selbstverständlich nicht. Die haben wir auch nicht geschrieben, weil das uns nicht entspricht. Wir verkaufen uns die Frühjahrsumdienst an gleichen Preis, gegen das, was nicht mehr wünscht, davon werden wir reich. Wir verkaufen uns die Frühjahrsumdienst an gleichen Preis, gegen das, was nicht mehr wünscht, davon werden wir reich. Wir machen sie, die Konzerne, denn die sind reich, und weil die unser Vorbild sind, machen wir's an. Der Gesang wird entlassen, das ist unsere Pflicht, und den Rest, wo wir mit Abwandlung und Lohn verziehen. Und mehr Arbeit. Und Gehaltskürze. Und Nagelmacht am Arbeitsmarkt. Und die wirtschaftliche Lage. Und Schließung der Kapelle. Und wie wollt ihr eure Familie nennen? Und soziale Abschiebe. Und Globalisierung. Und nochmals Entlassung. Und wir können ja auch in Taiwan spielen. Davon werden wir reich. Dankeschön. Herzlichen Dankeschön. Guten Tag. Dankeschön. Das war ja auch die Rede von der CD. Wir haben nichts gehabt, einen Tonträger. Ich glaube, ihr den gerne erwerben möchtet. So, und die wird's wieder etwas Neuerneuer jetzt.